Für uns Europäer liegt China im Osten, er am Rande. China selbst hat sich aber in seiner Geschichte und in seinem Selbstverständnis immer als Land der Mitte gesehen. Warum das so ist, dem sinnen wir nach in unserer Sendung China, eine neue Supermacht am Horizont. Ich würde mich freuen, wenn Sie einschalten und zuschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017